Heilung, Heilung für dein verletztes Kinderherz, Heilung für das kleine Kind, welches du einst warst und totale Liebe, totale Akzeptanz, lebende und wärmende Güte für dich und die Sehnsucht, die du fühlst, ist da, damit du dir einer lebenden und nähernden Mutter gewiss sein darfst. Dein Kind, dein inneres Kind darf heilen. Und bedingungslose Mutterliebe fließt nun zu dir. Für alle Menschen, die keine Mutterliebe erhalten haben. Für alle Menschen, denen es an Wärme, Fürsorge und Geborgenheit mangelte. Und heute noch mangelnd. Bedingungslose Mutterliebe. Und Akzeptanz für dich. Tiefe Liebe und Geborgenheit. Für alle Menschen, die diese Mutterliebe brauchen. Die nicht erfahren haben, was Liebe bedeutet. Was es bedeutet, ein richtiges, warmes Zuhause zu haben. Wo eine lebende Mutter dich erwartet und für dich sorgt. Wo dir das Essen gegeben wird. Wo du nicht selber den Kühlschrank öffnen und dich versorgen musst. Du bist nicht allein. Wir sorgen uns um dich. Und wir kümmern uns gerne um dich. Wir tun dies aus der Bedingungslosigkeit. Aus echter Liebe, Freude, Wertschätzung. Und tiefster Sinnhaftigkeit und Sinnerfüllung gegenüber dir. Weil wir gerne für dich sorgen. Und dies aus Liebe zu dir geschieht. Und du darfst annehmen. Du darfst das alles annehmen. Du darfst so viel annehmen, wie du es brauchst. Du darfst mit ganzem Herzen annehmen. Und du darfst hier bei uns so viel essen, so viel trinken. so viel aufnehmen und annehmen, wie du und dein Herz und dein inneres Kind es brauchen. Wir haben reichlich und wir geben reichlich. Und all dies entspringt hier der Bedingungslosigkeit des höchsten Mutterprinzips. Wir handeln aus Liebe und nicht aus Egoismus oder weil wir es tun müssten. Wir tun es aus Liebe und tun es freigebig, großzügig für dich. Und du darfst annehmen. Nimm das an. Nimm diese Liebe an. Nimm diese Energien an. Sie heilen deinen Durst. Sie heilen deinen Mangel. Nimm es an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020